Dann nehmen wir halt jetzt diese Karre hier, ey. Ja, guck dir die Waffe genau an, ja. So, wir müssen zur Kirche. Da blickt mein Licht. Da war sie denn im Haus drin? Was du älter hast, das sind die Menschen für die ihr kämpft. Und deshalb müsst ihr diesen Kampf mit jeder Vater eurer Liebsten entführen. Wo kommen wir denn da rein? Da drinne ist doch was. Da ist... Aber wie komme ich da rein? Da ist doch... Da ist doch... Mach jede? Ah! So, da mach ich jede. Schnauze. So, dann nehmen wir doch mal... ...diese Diamanten damit. Wir brauchen die ja, ne? Gut. Das finde ich ja cool, dass es mir auch angezeigt wird, wenn wir hier fahren. Warte, die Fahrtreihe 1 ein bisschen... äh... ...soll ich sagen... ...sie frissiger. Äh... Hallo? Da gelachen. Ach, das ist die Straßen... ...sollen wir jetzt wahrscheinlich in die Stadt rein. ...und dann gehen wir jetzt wieder. Kommen wir doch mal. Da... Da wird langsamer wieder. Als wenn wir füllen, amazon in der falschen Richtung. Da ist er doch, ist er, ist er da? Da ist er. Da ist er. Na ja, komm, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, können wir brauchen. Finde ich ja doof, dass sie unsere Karre geklaut haben, ey. Ah, doppelt zu lange. Irgendwo, da muss er doch sein bekommen. Sache näher. Dazu da langsamer. Da muss er irgendwo sein. Da muss irgendwo ein Diamantenkacher sein. Hey. Was? Ich such dir einen Diamantenkacher, habt ihr eigentlich gesehen? Hey, pass auf. Hallo. Da muss er irgendwo. Die Truppen der Fraktion werden auch in den Waffenstillstandszone das Feuer auch so eröffnen, wenn sie ein Sperrgebiet betreten. Diese Gebiete finden sie auf ihrer Karte. Sie wurden gewarnt. Was ist das, ein Sperrgebiet? Aha. Hallo. Hallo. Ich bin noch nicht im Sperrgebiet drin. Nee, nee, nee. So, raus hier. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich bin draußen. Ich bin gar nicht drin. Ich war nicht drinnen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Nicht's auf Deckung, Mensch. Nein, wir bleiben schön hier. Und bloß ablachen. Ach, ach, ach. Okay. Was machst du? Wir wissen wahrscheinlich mal kurz hier raus. So, ähm... Ich will doch bloß direkt fahren, wie er nicht? Oh, ich denke mir, wir haben uns ein bisschen. Jetzt fahren wir mal zurück in die, weil wir sonst auch noch nicht gut sind, sonst auch noch Busse sind. Hallo, kennt ihr mich noch? Guck, guck. Krass. So. Hier muss es... Da drinnen müssen wir hin. Uh... Das ... Lalalala. Hm. Da blinkt auch wieder. Da sind wir uns. Ah ja, toll. Wieder da drin. Das sollte ich aber mein Auto vielleicht in die Nähe stellen. Da ist er drin. Das sind noch nicht drin, oder? Äh, soll man oder soll man nicht? Komm. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind... Wir waren nicht da drin. Nein, wir waren nicht da drin. Gut. Deshalb müssen wir... Gut. Wir müssen... Wir rollen zu uns... Pass auf! Ja, ja. Und... Da rein. Und... Hier. Und... Wir müssen wir doch hin. Jetzt kreisen. Ja, schafft sein. Ja, was sind wir denn? Ja, was sind wir denn? Hm. Hallo. Ich hoffe nicht, dass es schon wieder rumpackt. Dann gucken wir mal von der anderen Seite. So. Da brauchen wir uns mal eine Spritzerin. Dann holen wir uns hier gleich eine neue. Gut. Können wir hier speichern? Nee. So, alles. Sehr leid. Wir halten derzeit keine Messen ab. Es geht Ihnen schlecht. Gehen Sie zum Arzt, bevor Sie wirklich einen Priester brauchen. Hat Ruben Sie geschickt? Er hatte etwas für mich. Tauschen Sie das gegen meinen Vorrat an Medikamenten. Sie sollten sofort eine davon nehmen. Benutzen Sie Haar, um Malaria-Medikamente zu nehmen. Hm, okay. Okay. Sie wirken nicht lange, aber ich weiß... Nicht alle meine Leute sind weg. Viele stecken in der Klemme, voller Angst, was passiert, wenn sie zu fliehen versuchen. Andere haben beschlossen zu bleiben. Wir helfen, wo wir können und jemanden wie Sie könnten wir brauchen. Kommen Sie wieder, wenn Sie mehr Medikamente brauchen. So. Hat sich unser Ziel aktualisiert. Verlassen Sie sich... Verlassen Sie die Kirche, um sich einen Auftrag zu suchen. Okay, na dann... Höchstens hat es jetzt hier nicht rumgepackt. Die Tutorial und Trainingselemente sind jetzt beendet. Mit Schocken Carbonel kann Sie Leon Gakumba im Hauptquartier der UFL 11 vorstellen. Das mit Ausrufezeichen markiert ist. Okay. Mit Ihren Tabletten können Sie die Malaria im Moment unter Kontrolle halten. Sie können die Welt nach Ihren Vorstellungen erforschen. Indem Sie mit Kameraden zusammenarbeiten, können Sie Unterschlupfmöglichkeiten freischalten und verbessern. Sie können Wachposten ausspähen, um an Informationen zu kommen. Diamanten finden Sie durch Erkundung. Mit Diamanten können Sie Waffen kaufen, die Sie freischalten. Das wissen Sie mal, indem Sie Nebenmissionen im Waffenladen anheben. Andere Nebenmissionen, die Ihnen Diamanten, Waffen oder Rufe erbringen, finden Sie an Orden, die mit einem Ausrufezeichen markiert sind. Von einer Bushaltestelle können Sie sicher zu allen anderen Bushaltestellen in Ihrem Gebiet reisen. Ihre Fortschritte werden dabei automatisch gespeichert. Irgendwo da draußen ist ein Waffenhändler, der als der Schakal bekannt ist. Er hat Waffen und Munition sowohl an die UFL als auch an die APR verkauft. Jede Waffe, jede Kugel und jede Leiche hier kann direkt zurückverfolgt werden. Finden und töten Sie ihn! So. Jetzt gucken wir uns mal. Gehen Sie zu einer Prüfungposition, um eine Mission zu erhalten. So. Das haben wir denn jetzt hier eigentlich alles schon nahe. Zurück. Mhm, 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 mhm. Kameraden. Zurück. Okay. Legende. Zurück. Schakalbänder. Berüchtigt. Okay. Homelands. Gut. Zurück. Hm. Also. Mal gucken wir mal. Wo müssen wir ihn hin? Gehen Sie zu einer Briefingposition. Kerlin. Mahle. Mhm. Zeige, man die Waffe hat Wir haben damit zu schützen müssen. Aber. Oh no. Das war definitiv. Und wie ist das? Keine Waffen, los, Arme hoch! Keine Waffen, los, Arme hoch? Naja, du bist schon wieder Buggy, wenn du so bemühtst. Hier können wir speichern. Medikamente. Wenn die Leute glauben, ich hätte diese Special Forces... Noch einen Lohn, Söldner. Was zahlt man heutzutage so für einen Söldner? Wir kämpfen für die UFLN. Ich bin Dr. Gakumba. Wie sind Sie über die Grenze gekommen? Im Moment kommt keiner ins Land. Sagen Sie's. Es gibt hier Special Forces, angeheuerte Söldner, bis an die Zähne bewaffnet. Kommen per Fallschirm rein und holen Leute für Kohle raus. Er muss nicht wissen, wen. Kann er ruhig wissen. Sie wollen eine große Nummer der APR rausholen, aber wenn der weg ist, gegen wen sollen wir dann kämpfen? Kommen Sie zur Sache. Die Special Forces haben eine gute Position in der Wüste. Zwei Kilometer südöstlich. Gakumba möchte nicht, dass man denkt, er wolle jemanden verschwinden lassen. Dann käme er schlecht weg. Bitte, das reicht. Sie müssen nur diese Männer finden und ihre Fahrzeuge zerstören. Die Ausrüstung im Fahrzeug, Funkgeräte, Feldflaschen, Munition und so. Das ist unser Krieg. Afrika gehört den Afrikanern. Wir brauchen keine Einmischung von außen. Stoppen Sie diese Männer. Leute, 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 habt ihr hier eine Kacke programmiert? Finden Sie das Team und zerstören Sie die Ausrüstung, dann sind sie erledigt. Hier ist Ihr Geld. Ja. Gib her das... Ach. Ey, das ist nicht möglich. Ich... keine Ahnung, ob ich da irgendwas patchen muss oder sowas. Aber das ist... Das ist doch nicht anzusehen, sowas. Also da hat es ein Far Cry 1, das ist wirklich besser im Griff. So, okay. Aber das hier, das ist ja mal übelst. Telefon. 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 Klingeling, Kleid hier. Ich bin der Meile östlicher Staat im Unterslupf beim Teich. Komm her. Bitte heißt das. Ja, ich tue hier mal ein Speichel. So, und dann gehen wir mal gucken. Ja, irgendwo stand noch mein Auto, oder? Wenn's noch da steht. Weh, ey, weh, jetzt hat wieder einer geklaut. Ich mach Euch ein Blatt. Schnauze. Hey, wie geht's? Schnauze. Was willst du? Hey, was los? Wo ist mein Auto? Mann, 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 ey. So, wo fahren wir denn jetzt zuerst hin? Wir fahren jetzt erstmal durch den Unterslupf. Ach, das ist mein Auto. Ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen, äh, Urschkünfte. Was? 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 Wieso? Oh. Leck dich am Auto. Ja, und du hast natürlich noch diese Scheiße in der Hand. Ey, geht's noch? Was? Ach, hier ist die Scheiße! Wir sind auf der Weckung, Mensch! Schmack! Alter! Wenn Sie hierher kommen, machen wir sie alle. Willst du mich verarschen? Losladen Dachmann! Wo ist der? Mann, 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 Mann! Wieso ballern die? Wieso ballern die auf mich? Ich habe doch denen jetzt gar nichts getan. War es das? Naja, gut, das Auto ist kaputt. Ne, mal den hier. Ich fahr jetzt erstmal zum Blauen hier. Da bin ich schon wieder. Da bin ich schon wieder. Ah, so gut. Oh Gott. Dann hört's auf. Sind wir wohl komplett außer Reichweite. Das muss hier in der Nähe sein. Genau hier. Da hört's schon wieder auf. Da hört's schon wieder auf. Da vorne. Nein. Hier. Hier. Wo ist dieser Koffer? Ich brauche auch jeden Diamant, den wir kriegen können. Ist der ein Auto? Hier liegen Gaustämmer rum. when? Hm. Uff. Uff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020